Mein Halloween Horror Kostüm Ich gehe als Einwurf Sosa auf Zila Mein Halloween Horror Kostüm Ich gehe als schwieriges Umfeld Ich gehe als in so Ecke Das muss man nicht sagen Vor wem gruselst du dich am meisten in der Mannschaft? Vor Bomi Aber ich darf nicht sagen warum Ich von Santi im Training Letztes Jahr zweimal gegen ihn gespielt Da dachte ich mir schon, was ist das für eine Nervensäge Aber super Typ Neben dem Platz der liebste Mensch Was kannst du definitiv besser als Timo? Tanzen 100% Du kriegst zwar Graal aus dem Neckarstadion Aber das Neckarstadion nicht aus Graal Das ist hier meine Heimat Das ist mein Verein Du bist cool Cool Thanks Ich bin klar Das darf ich nicht Ach das soll jetzt so Funfragen sein Aber ich check Dieses Gegensatz im Gegensatz Ich bin in meiner Karriere noch nicht abgestiegen Ich habe es jetzt auch nicht vor Wir müssen jetzt davon rauskommen Egal wie Was ist wohl in der Kiste? Ihr seid fies ey Darf ich? Michael Bäh Klobe ist ja das Ähm Schmeckt Du hattest gute Zeiten Und wir waren auch dabei Wir werden dich begleiten Wir bleiben dran Ja